Es war eine schön renovierte Altbauwohnung in Berlin, in die die junge Frau gerade gezogen war. Groß genug für sie ihren Mann und ihren Sohn, der sogar ein eigenes Zimmer hatte. Ihre Eltern waren nicht weit entfernt. Wenn sie das Fenster ihrer Wohnung im zweiten Stock öffnete, dann konnte sie auf die Wohnung ihrer Eltern gegenüber auf der anderen Seite des Kanals sehen. Ihr Vater ging oft am Kanal spazieren und ihre Eltern kamen regelmäßig, um ihren Enkelsohn zu sehen, während sie für ein paar Stunden arbeiten ging. An der Brücke zum Kanal waren in den letzten Tagen immer mehr Menschen aufgetaucht und drängten auf die andere Seite. Als die junge Frau an diesem Tag aufwachte, spürte sie, dass etwas anders war. Es drangen andere Geräusche von der Straßenseite herauf. Sie öffnete das Fenster und schaute zum Kanal. Die Brücke war abgesperrt und Soldaten standen darauf. Sie waren damit beschäftigt, Stacheldrahtzaun entlang der Brücke zu montieren. Niemand darf hier mehr durch, wies einer der Soldaten einen Jugendlichen zurück, der gerade auf die andere Seite des Kanals wollte. Fünf Jahre lebte die Frau nun schon in der Wohnung. Wenn sie jetzt das Fenster öffnete, dann konnte sie die Wohnung ihrer Eltern nicht mehr sehen. Mittlerweile stand hier eine Mauer, die mit Stacheldraht und Scherben umwickelt war. An den zwei Enden der Brücke standen Soldaten und hielten die Menschen davon ab, über den Kanal zu gehen. Ihr Sohn kam gerade von der Schule nach Hause. Mama, ich habe Hunger. Kann ich mir etwas zu essen holen? Fragte er sie. Die junge Frau schloss das Fenster, drehte sich zu ihrem Sohn und sagte, Ja, das darfst du. Aber zuvor packst du bitte deine Sachen. Es ist genug. Wir gehen jetzt. Du bist da. D TELETE gt. Was ist hier. Was ist hier. W-U-H W-U-H